NDR 1 Radio MV Mit der Lizenz zum Wecken Und, was haben wir? Sabine Gluske, 42 Dagon, ihr Mann Robert Verschläft andauernd Mit der Lizenz zum Wecken erteilt Mit der Lizenz zum Wecken Solche Aufträge sind mir am liebsten Ich freue mich schon auf den nächsten Jetzt aber erst mal Frühstück Wie willst du dein Ei? Gerührt, nicht geschüttelt Mit der Lizenz zum Wecken NDR 1 Radio MV